Die Show ist live und persönlich auf Ihr Unternehmen angepasst. Jeder Teilnehmer wird charmant mit eingebunden und sitzt in der ersten Reihe. Egal ob Zoom, MS Teams, Google Meet oder andere Plattformen, dank modernster Technik in meinem eigens angefertigten Videostudio erleben alle Teilnehmer einen reibungslosen Ablauf. Untertitelung des ZDF, 2020